Hey meine Lieben, ich bin es der Frank und ihr wisst, es gibt ja jede Woche hier, oder fast jede Woche, Profitipps für Nail-Stylisten und ich hoffe doch, dass ich in den letzten Jahren ganz, ganz vielen von euch helfen konnte. Heute könnt ihr mir mal helfen und zwar geht es um die Abstimmung des Beautyforum Stars Award 2022. Wir sind wieder mit unseren Produkten von Veto Nails nominiert und wenn ihr einen kleinen Beitrag dazu geben wollt und auch die Möglichkeit haben wollt, eins von 50 großen Beautypaketen zu gewinnen, dann zeige ich euch, wie ihr am besten abstimmt und wie ihr an der Gewinnspielteilnahme teilnehmen könnt. Es ist ganz, ganz einfach und jeder von euch kann abstimmen. Also ihr müsst jetzt gar keine besonderen Erfüllungen haben. Ihr dürft alle abstimmen und es geht ganz einfach. Ihr geht auf die Internetseite bf-award.de, beautyforum-award.de. Dort registriert ihr euch entweder mit euren bereits vorhandenen Zugangsdaten, wenn ihr zum Beispiel im letzten oder vorletzten Jahr schon mal abgestimmt habt, wenn ihr noch nie beim Beautyforum Stars Award abgestimmt habt, dann registriert ihr euch einmal mit euren Daten. Dort könnt ihr auch gleichzeitig angeben, dass ihr bitte beim Gewinnspiel teilnehmen wollt und dann bekommt ihr automatisch bei einer neuen Registrierung eine E-Mail an eure E-Mail-Adresse geschickt, wo ihr einmal euer Konto bestätigen dürft. Egal, ob ihr euch neu registriert oder mit euren bereits vorhandenen Daten anmeldet, ihr landet dann nach der Anmeldung im Portal von Beautyforum, wo ihr abstimmen könnt. Dort gibt es auf der rechten Seite eine Suchleiste, wo ihr einzig und allein den Begriff Veto eingebt. Also nur Veto, nicht groß geschrieben, also ist egal, ob groß oder klein. Drückt auf die Lupe und dann findet ihr alle sechs Kategorien, wo wir mit unseren Produkten nominiert sind. So, dort gebt ihr einfach jeder Kategorie ein Herz. Ja, und das war's schon. Dann nehmt ihr automatisch am großen Gewinnspiel teil und ihr habt für uns abgestimmt. Und das wäre natürlich was ganz, ganz Tolles und dafür würde ich jetzt schon im Vorfeld ein großes Dankeschön sagen, wenn sich da der eine oder die andere von euch daran beteiligen können. Für euch ist es nur ein ganz kleiner Klick. Für uns ist es ein großer Dank und ein großes Zeichen an Wertschätzung. Also ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Ja, und wenn wir dann so die eine oder andere Kategorie gewinnen, dann könnt ihr euch bei Veto Nails auch über das eine oder andere freuen. Da dürft ihr gespannt sein. So, das war's heute mit einem ganz kleinen Infovideo. Ich kann euch aber versprechen, das nächste Profitipps für Nailstylisten Video ist schon in der Pipeline. Also am besten einfach den Kanal hier abonnieren, Glöckchen drücken und ja, dabei sein beim nächsten Video. Bis dahin gesund bleiben und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Frank. Tschüss.